Er ist ein bisschen voll stressig, stressig und jetzt erkundet er die Wohnung und hoch mit einem Ball rum. Und er ist also sehr interessiert. Für den Semmi ist er schon das erste Mal, die ersten paar Tage überhaupt nicht vor der Fälle gewesen. Und jetzt war ja der Max da unten und die ganzen Kinder. Da war der auf die Kinder zugesprungen wie ins Lederwasch und ohne Gucken nach Isforscht und zack ab und kaputal. Ja, und groß ist der so an den Kraftwerk. Ja, ja, das ist auch so groß.